Hallo und herzlich willkommen beim heutigen K2 Base Kurzvideo. Heute geht es um das Thema wie zeichne ich ein Dach korrekt in K2 Base. Hier habe ich ein Dach vorbereitet, in dem Fall ein Flachdach und wir sehen hier, dass ich einen Teil des Daches schon mit Photovoltaik belegt habe und möchte jetzt hier den Rest des Daches auch noch belegen. Wichtig dabei ist, dass ich nicht nur die Fläche des Daches, also das Dach so groß zeichne, wie die Fläche, die ich mit Photovoltaik belegen möchte, also so nicht, sondern dass ich die Dachfläche komplett zeichne und das bedeutet auch, hier oben sieht man es, dass ich eben an der Außenkante der ATK zeichne, denn auch die ATK gehört mit zum Dach. Vielen Dank fürs Zuschauen, das war's für heute, bis zum nächsten Mal.